Die Fahrräder sind startklar und jetzt geht's los. Da ist ja der Aussichtsturm, aber die Sicht dürfte glaube ich nicht so toll sein. Da ist ein bisschen fizzelt. Dafür werden wir gleich die Abfahrt gehen. So, und ab in die lebensfreie Strecke. So, jetzt haben wir die Abfahrt. So, jetzt sind wir die Abfahrt. So, jetzt sind wir die Abfahrt. So, jetzt sind wir die Abfahrt. So, jetzt gehen wir die Abfahrt. So, jetzt gehen wir die Abfahrt. Ich muss ja alles mal ausprobieren hier. Ach, hier ist der Sprung. Ja, oder? Das macht Spaß. 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 Das macht Spaß.